Eine Bitte an alle Hundenhalter. Mir fällt auf, auch wenn es Schnee hat, sehr viele Hundenhalter in ihre Hingerlassenschaften liegen lassen. Dort überall Robidock und sonst nirgst du bitte mit Hause, auch in einem grossen Rudel, die unsere Hingerlassenschaften botten. Hören, viva! So ist es bravig, tiptop. Hopp, komm mit hier durch. MREI, komm. So ist es eben super.